Die aktuelle Saison, wir sind mit drei Niederlagen gestartet. Es waren zwei enge Spiele, ein Spiel dann eher klar. Jetzt haben wir im Keller-Duell unsere Gegner besiegt. Das ist das erste Spiel von unserem neuen Trainer Fabian. Er war ja Spieler bei uns und hat jetzt das Amt abgelegt als Spieler und nimmt nur noch die Trainerrolle ein. Vorbereitet haben wir uns auf das Spiel, indem wir uns intensiv mit dem Gegner beschäftigt haben. Wir wussten, dass diese Mannschaft älter ist im Schnitt und auch deutlich langsamer. Mein Ziel war es dadurch, dass wir unsere Systeme sauber von Anfang bis Ende spielen und so dadurch den Ball laufen lassen. Das ist uns gestern jetzt nicht so immer geglückt. Es hat holprig angefangen, finde ich. Wir haben uns schwergetan, die ersten paar Minuten generell mal einen Punkt zu machen und dann ins Spiel reinzukommen. Aber als es passiert ist, finde ich, haben wir uns ganz gut gefangen. Und dann ist es wie gesagt, das ist eine gute Achterbahnfahrt gewesen. Wir sind nach wie vor noch in der Findungsphase und treten noch nicht so selbstbewusst auf. Verbesserungspotenzial sehen wir auf jeden Fall in unserer Defense, dass wir dann miteinander und gegen den Mann arbeiten. In der Offense müssen wir einfach das umsetzen, was unser Coach uns sagt. Das hat sich schon oft bewiesen, dass wir dadurch leichte Punkte bekommen. Und wenn wir das umgesetzt bekommen, können wir als Team richtig weit kommen. Also wir haben eine Siegermentalität aus dem Vorjahr gehabt und die möchte ich natürlich auch wieder bei uns sehen. Letzte Saison sind wir aufgestiegen als Tabellenzweiter von der Kreisliga B in die Kreisliga A. War sehr erfolgreich, haben uns sehr gefreut. Seitdem haben wir auch neues Personal dazu bekommen. Manches Personal ist abgewandert. Wir sind auf dem richtigen Weg. Es fangen schon mal an, die Verbesserungen, die wir jetzt in den letzten Trainingseinheiten angesprochen haben, werden umgesetzt. Und das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Und die Saison ist ja noch jung und wir haben auf jeden Fall noch Luft nach oben. Die Stimmung im Team war gestern natürlich aufgrund des Sieges richtig gut. Wir haben es auf jeden Fall noch am Ende gewonnen. Das letzte Viertel war noch gut, dass wir da jetzt nicht doofe Fehler gemacht haben. Wir haben die Ruhe bewahrt und haben einfache Punkte gemacht und konnten das Spiel sozusagen noch gewinnen. Es war ein guter Sieg, ein wichtiger Sieg und jetzt sind wir mal positiv mit dieser Saison. Wir hatten ein paar Veränderungen im Team. Nichtsdestotrotz mit unserem neuen Coach gucken wir jetzt nach vorne und das kriegen wir auf jeden Fall geschafft. Wir haben die Ruhe bewahrt und 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 wir haben die Ruhe bewahrt. Vielen Dank.